YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen hier bei mir auf meinem kleinen aber feinen Kanal. Mittlerweile mit sagenhaften 599 Abonnenten. Ich hoffe, nach diesem Video hier habe ich die 600 geknackt. Was machen wir heute? Heute gibt es gebrannte Mandeln. Wenn ihr wissen wollt, wie wir das ganze machen, wie lange das vor allem dauert, einfach dranbleiben und im Intro lehnen wir dann auch schon gleich damit los. Warum gebrannte Mandeln? Im Moment wird YouTube auch nochmal davon überschwemmt, von diesem Rezept. Allein drei Kollegen von mir, die ich so ein bisschen kenne, die haben demnächst so Rezepte rausgehauen. Ich habe mich auch dran versucht und bin kläglich dran gescheitert. Und warum? Weil ich ein ungeduldiger Mensch bin. Mir ging das Ganze nicht schnell genug. Das war dann auch das Ende von der gebrannten Mandeln. Es waren dann nachher verbrannte Mandeln. Das war eine einzige schwarze Masse, die sofort in den Müll immer gewandert ist. So, ich mache aber gebrannte Mandeln und habe mal gedacht, Mensch, was machst du, dass das einfach besser und schneller wird? Also bin ich auf die Suche nach einem anderen Rezeptgang und habe einen für mich persönlich gesagt ein besseres Rezept gefunden. In dem Rezept, was ich noch gemacht habe, sind, ich glaube, 400 Milliliter Wasser drin gekommen, bis die verkocht sind. Dauert Ewigkeit. Man muss die ganze Zeit dabei bleiben, muss rühren. Sorry, nicht mit mir. Ich habe ein Rezept gefunden, da komme ganze vier Esslöffel Wasser drin und das reicht. Ich habe es jetzt schon mal gemacht. Klappt einwandfrei, geht super schnell und um zu gucken, wie schnell es geht, habe ich hier das Handy mit Timer und das stellen wir jetzt gleich bei der Zubereitung an und dann stoppen wir mal die Zeit, wie lange wir es brauchen. Apropos Zubereitung, was brauchen wir an Zutaten? Zum einen habe ich hier 200 Gramm sind es ja, 200 Gramm Mandeln, in dem Fall halt ohne Schale. Dann brauchen wir hier vier Esslöffel Wasser, zwei Päckchen Vanillezucker, wir brauchen 200 Gramm normaler Zucker und Zimt nach Geschmack. So, das war es danach schon. Wir brauchen noch eine Pfanne beschichtet und ein Holzkochlöffel. Und gleich schon vorweg gesagt, nachher jede Menge heißes Wasser für die restliche Karamellrückstände vom Löffel wie auch von der Pfanne auswaschen zu können. Das geht nämlich am besten. Heißes Wasser drin, nochmal kurz aufkochen, dann verflüssigt sich der Zucker nochmal, können wir das Ganze wegschütteln und dann ist alles nochmal sauber. So, okay. Dann würde ich sagen, schalte ich jetzt gleich den Herd an. Das macht natürlich Krach. Deshalb wäre ich das Ganze ab hier mit Musik unterlehnen und natürlich halt auch in einer anderen Geschwindigkeit das Ganze aufnehmen, weil ihr solltet ihr jetzt nicht die ganze Zeit hier dabei bleiben und mir zugucken, wie ich hier eins zu eins rühre. Das kann man ruhig ein bisschen schneller machen. So, ich baue hier noch kurz ein bisschen was um und dann geht es auch schon gleich damit los. So, auf die Plätze, fertig, gebrannte Mandeln. Das Backpapier brauchen wir gleich, wenn die Mandeln soweit fertig sind. Dann geben wir die hier drauf, ziehen sie ein bisschen auseinander, dann können die kalt werden. Acht Minuten und neun Sekunden haben wir jetzt insgesamt gebraucht, für unsere gebrannte Mandeln zu machen. So, die müssen wir jetzt ein bisschen abkühlen lassen und dann können wir sie nachher schön verpacken. Dann sehen wir uns gleich später. Eine kleine Bastelstunde später für diese wunderschöne Tüte und etwas Abkühlzeit und wir haben hier eine Tüte voll richtig geile gebrannte Mandeln. Die Küche hier riecht immer noch richtig lecker. Die Mandeln dufte richtig geil und jetzt probieren wir das Ganze noch. Das kommt richtig gut. Das ist mega lecker. Und es war mega schnell gemacht. Man braucht nicht viele Sachen. Bombe das Ganze. Man muss auch nicht für teuer Geld das Ganze kaufen gehen. Man kann es einfach der Hemd selber machen. Aber es geht schnell und es ist lecker. So, kleines aber feines Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal nochmal bei mir in. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, drückt gerade der Abo-Klopp. Äh, klopp. Drückt gerade der Abo-Knopf. Dann wäre ihr vielleicht der 600. Abonnent. Mich würde es freuen. Und da würde ich einfach sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, macht uns gut. Ciao.